Willkommen zu... na jetzt hast du die ganze Aufnahme versaut. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und wir sind wieder fleißig am Bauen und ich guck mal, dass ich es bei mir mal ein bisschen beheize hier. Moin! Ja genau. Moin! Übrigens die Besetzung hat sich immer noch nicht geändert. Wir haben immer noch dieselben Leute an der Backe. Mäh. 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 So. Das ist keine Wunde mehr. Ich wollte gerade sagen, aber wie macht es eigentlich eher Mut? Verdammt! Scheisse. Bei mir macht es blrrr. Oh, wie baut man denn nochmal... Moment. Drei mal drei. Drei mal drei! Stick, Stick, Stick. Nein, also ich brauch schon Sticks, aber wie baue ich nochmal ne Angel? Stick, 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 Schnur. Wer Recht hat, hat er Recht? Ja! Hab ich. Du hast viermal Stick gesagt, oder? Vielleicht. Tü-tü-lü. Tü-lü. Was ist das hier? Feuer! Das funktioniert alles nicht. Jetzt darf man mal jemanden in welche Richtung man die Sticks setzen muss. Stick, 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 Schnur. Ach, geh sterben! Stick, 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 Schnur, das ist... Schnur musst du aber Stinnen töten. Was baust du denn da, Kadi? Das sieht doch nie im Leben in der Angle aus. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Also mach doch mal realistisch. Normalerweise muss doch die Schnur obendran sein. Das heißt, ich würde sagen, Stick, Stick und obendran Schnur. Nee. Dann vielleicht dreimal Stick und eine Nebenschnur. Das hab ich auch schon durch. Schwer! Diagonal! Wie ne Angel. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Doch. Oh, ich hab ne Angel. Ähm... Nein! Ich hab ne Angel! Aber wie baue ich nochmal die Karotten an? Schau mal, Kadi. Mit dem du ne Karotte dranhängst. Ja, aber wie denn? Ja, aber wie denn? Ja, wo war ich hier? Ja, wo? Ja, aber wie? Ich lässt mir gerade so vor, wie Kadi so ne Moorüber und ne Angel in der Hand hat. Ja, aber das ist doch... Und da rammt die sich's in den kopp. Du frisst scheiße. Wer hat frisst scheiße gesagt. Ohhohoho. Ich meine, frisst piep. Das... Das ist aber gar nit, Kadi. Das hab ich gar nicht. Ich hab gesagt, du bist scheiße nicht du frisst scheiße. So. Das hab ich überhaupt nicht dir vorgeworfen. Jetzt sag mir doch mal jemanden, wie man eine Karottenangel baut, Mann. Ich hätt' ihm nur ne Karotte dran, hängst. Stick, Stick, Karotte, Schnur. Schnur, Schnur, Karotte. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt, ja. Ah, hier ist ein... Ein Kinderzombie! Aha. Mein Haus ist... Mein Haus ist... Kindert sicher. Kinder sicher. Ja, wenn einmal ein Kind drin ist, kommt's nie wieder raus. Ähm... Ja, aus der Grube nicht, das stimmt. Pam, pam, pam. Ätzende, hebe de, hebe de, ha. Hebe de, hebe de, hebe de. Oh, Mann. Geh doch weg mit deinen komischen Angeln, da. Ich brauche einen Live-Chat. Ich brauche... Die Zuschauer halten bestimmt zu mir und sagen mir, wie man ne Angel baut, ne Möhrenangel. Bullshit halten die zu dir. Ja, Sonne, Sonne. Jetzt... Sag mir das doch mal! Wo kam denn das kleine Kind hier? Mann, ich bin ein kleines, schwächliches... äh, 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 kleines, schwächliches Mädchen. Jetzt sagst du dir mal... Damit hat sie jetzt wieder eine Feministin. Aktion vorgerufen, dass Frau sich selbst als kleines, schwächliches Mädchen bezeichnet. Also es geht gar nicht nackt. Ist doch cool, es sind wieder nackte Frauen, die irgendwo rumtanzen. Ich weiß nicht, wo der Problem ist. Aber auch Feministinnen und nackte Frauen sind, die rumtanzen. Nicht so! Und selbst wenn Feministinnen und nackte Frauen, wenn die rumtanzen, hast du schon mal eine gescheite Feministin gesehen? Das möchtest du nicht sehen, ganz ehrlich. Vor allem nicht nackt. Hm, keine Ahnung. Man kann sich an allem ergötzen. Ähm, nein, daran nicht. Hä? Glaub dir mal. Nein, jetzt sag mir doch mal bitte jemand... Ich stehe jetzt hier schon seit 5 Minuten rum und habe die scheiß... Stick, Stick. Nö, keine bösen Worte. Doch böse Worte. Jetzt sag mir mal jemand, wenn man eine scheiß Angeln macht. Stick, Stick. Du hast doch eben schon eine Angel gemacht. Die Karottenangel. Karotte, Angel, Karotte. Geht nicht! Angel... Angel, Karotte, Angel? Ja. Ach, leck mich doch im Arsch. Nein! Ich weiß nicht, in welchem Zustand der ist. Ah, die hatten ja Test. Na, eigentlich hätte ich da auch in den Tunnel durchziehen können. Ja, zieh mal in den Tunnel durch. Mann, ich will jetzt hier... Jetzt... Ach, Manu! Nix, Herr Manu. Doch! Manu! Ja, Gabigalle! Ja, tut ihr ja auch. Oh. Oh. Eine Runde Mitleid, Jungs. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ohhhhhhhhhh! Oh, ich hab den Eindruck verpasst. Nein, 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 nein. Hat sich nur nicht getraut. Gib zu. Ja, ich bin eh... Ich bin doch eh eh schon gehatet. Nein. Dann gibt's wieder Schläge. Was? Was schickt denn meine Oma her dazu? Aua, 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 aua. Oh, ich brauch gemälder. Kali wird zur Tode massiert. Hä? Was hat denn der... Der Zombie hat ne... Du Wichs-Creeper. Du scheiß dreckiges... Drecksding. Du blödes Miststück. Der Hauptklappuch schon mal? Dings hier in die Luft gejagt. Ach du blödes... Ja! Etwas. Ach do. Ach do. Ach do. Like an... Like an... Weißt du, und jetzt steht hier so ein blöder Zombie neben mir. Hä, macht er. Echt, der kann mir mal ruhig wieder helfen, das blöde Loch hier zuzuschütten. Das... Oh... Mann! Schau mal, wenigstens kommt der Zombie hier sehr langsam über meine Mauren und über meinen Seelensatz nur drüber. Ja... Geht sich so langsam in Unterhose auf meinen Bogen zu kommen. Der Zombie hat einfach... Geht grad das gleiche Spiel? Ja. Aber... Unterhose? Aber... Fabi hat alles mit Unterhosen. Ja, ich hab den Unterhosen-Mod. Ja. Der hatte schon Panty-Mod. Ja. Als Panty-Craft. Super, meine ganze... Meine ganze... Weide hier, die haben mich... 6... Zaunstücke gekostet. Ha! Nein! Doch! Wie soll dein Ding holen? Oh... Ah! Hehehehe! So... Ich glaub, da darf ich nicht reinbauen, sonst... hab ich mich grad gleich in Space... Ah, ist der Tag! In Days-Berg rein. Kann durchaus sein, also... Du weißt ja, ne? Unsere Sachen sind sehr stark miteinander verknüpft, alle. Ja, ja... So... Deswegen... Deswegen hab ich auch... In die andere Seite... Ja, ich muss ja zum Schnibbeln gehen. Ja, ich muss ja zum Schnibbeln gehen. Ich brauche noch ganz viel Teppich. Der hol dir mal Schafe. Und wer ist davon? Er klaut sich das lieber zusammen. Ich wollte gerade sagen. Das würde ich nicht zu laut... Sagen. Genau. Ich hol mir einfach Schafe. Hm, 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 hm. Der ist dann noch so gemein... Du möchtest jemand sterben. Der ist dann noch so gemein, dass er dann nicht mal nur die Wolle bei uns abschert und uns dann noch den Wies vorlässt. Der töte die Schafe dann noch. Der töte die Schafe dann noch. Der töte die Schienen. Das ist farbe. So wie wir ihn kennen und hassen. Warum werde ich eigentlich hier so an asozial dargestellt? Weil du mindestens einmal in jeder Folge gehatet wirst. Genauso wie Cudi mindestens einmal in jeder Folge auf ihre Weiblichkeit angesprochen wird. Oder stirbt. Warum wird denn keine Weiblichkeit gehatet? Das steht in den, ähm... Du hast ne Spinner auf der Plattform gefahren. Oh, fick dich du dreckiger Scheiße! Gibt's doch nicht. Ach, ich kann nicht so gut verstehen, Scho. Der hat die Blumenwesen wieder aufgejagt. Die ist so schnell, das ist ja gewesen. Ah, ne. Wie schöne Buben. Ja, ja. War jetzt das Tag, wenn die Viecher nicht verbrennen, die wieder ein. Nö, der sollte nicht werden. Nö, eigentlich nicht. Wieso das kitzelt Internet? Nö, er wohnt nicht mehr in Oma setzen. Wieso denn? Also, Ani hätte jemand schreiben müssen, aber ich weiß gerade nicht, wie man den Chat aufmacht. Den. User disconnected from me. Ah, okay. Da ist er schon mit. Nö, Adrian! Nein. Doch. Nö, nein. Doch. Yay. Wolle. Adrian. Yay. Ich hol gleich mein Schwert raus. Mach's gut. Oh. Ja, schon. Das ist eine sehr feindliche Anmache. Ja. Oh, Mann. Alter, besser auf meine Weiblichkeit angesprochen werden, als sowas. Ne, nicht noch ein Creeper. Komm. Verschwinde. Wir bräuchten echt die Sommer einen, der dafür sorgt, dass die ganzen Löcher mal wieder zugeschüttet werden. Löcher stopfen ist nicht meine Aufgabe. Das können Männer besser. Äh. Moment, ich zieh mal. Ja, das wäre super, jetzt jemand zieht da nicht. Oh, hier ist eine Spinne auf meiner. Das habe ich dir eben schon gesagt. Aber ich dachte, dass sie nicht da steht. So. Danke. Link. So, dann mach ich mal wieder Teppich. Boah, ich brauch dringend Glowstone. Ich will Glowstone in meine... Ich hab 30 so ne, äh, Segmente, oder wie was das auch immer sind. Ja, ich brauch auf jeden Fall mal was für Lampen. Ich hab so gute Ideen. Mal schauen, ob sie funktionieren kann. Aber die Elektronik zu verlegen ist nicht einfach. Du hast meinen Raum gesehen und ungefähr die gleiche Größe an Raum hab ich nochmal um die Wände herum gebaut, damit es so ausgeleuchtet ist. Also du brauchst da echt... Ja, aber gibt's da nicht irgendwas, dass die bei Nacht automatisch leuchten, ohne Kabel? Ja, ne. Ja, ne, ne. Ja, ne, ne. Ohne Kabel geht's schon mal gar nicht. Also, doch geht's schon. Dafür musst du aber direkt dahinter eine, ähm, eine Redstone-Fackel haben. Dann leuchten sie durchgehend. Ja, und dann musst du das Signal umdrehen. Ja, genau. Ja, und wie geht das, wenn ich die... Ich will die oben an den Zaun dran bauen? Dass sie nur bei Nacht leuchten, oder was? Dann musst du ne Verkabelung dazu mit Tageslichtern drauf machen. Eigentlich ist mir das auch wurscht. Die können meinetwegen auch den ganzen Tag durchleuchten. Es ist völlig egal. Ich dachte kurz nur die schwarzen Rollen aus der Kiste nehmen. Hm? Wieso, was hab ich denn zu viel genommen? Ja. 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 Da passt alles. Ach, mein Blödsinn. Ach, dann mach ich dir... ich mach dir ja wieder neue rein. Irgendwo. Ne, das verspreche ich dir. Ich stimme da die ganze Zeit. Sobald ich hier fertig bin... Äh... Findet den Fehler. Es sind eure Schafe. Hallo, das wächst da wieder nach. Welche Farbe brauchst du, du Domme? Noch nicht, aber das ist auch mal automatisch zu leer gewesen. Ich hab eigentlich nur die... die Magenta und die Gelbe hab ich halt reingetan. Und die anderen hab ich mir genommen, ja. Ja. So. Ich muss unbedingt mal mein Haus... die Tür zu bauen. Ja, also wie funktioniert das jetzt, dass so ne Glowstone-Lampe die ganze Zeit leuchtet? Kleine Redstone-Fackel hinterher. Äh, drunter... drunter dran, oder wie auch immer. Ja, und wie funktioniert das... Ihr habt doch diese Lampen. Da kann doch gar keiner direkt dran sein. Weil er hat das nur... Ja, weil die sind nur Glowstone... Das sind ganze Blöcke aus Glowstone. Das sind, wenn du diesen Dust, den du da hast von Glowstone, halt eher zu so nem Block presst. Ja. Die Tür ist zu. Boah, du musst halt Glowstone-Sand. Block bauen. Wieso hab ich eigentlich keinen Schalter für euren Borg-Eingang? Ich kann mal noch einen nach außen legen. Das sollte schnell zu machen sein. Achselie! Wir müssen hier mal irgendwann deinen Fuhrgarten reparieren fahren. Ja. Ja, das hier überall löschen! Mach mir die Tür auch! Ja. Das Tor war aber auch zugemacht. Weiß ich nicht. Kann nur nochmal gewesen sein. Bombardiert die Borg! Hey! Hey! Ich brauch da oben noch ein bisschen schwarze Wolle. Warte, ich mach hier auf. Mir fällt auf, dass ich unbedingt noch was an meinem Haus verändern muss. Kann man, Kalli? Ja, stimmt. Oh, Schafe! Ja. Wohl servisch! Na, dieser Egoisten, ja! Hahaha! Nö, sowas brauche ich nicht. Was, Egoisten oder Schafe? Schafe! Schafe Egoisten! Aber, äh, kurze Frage. Kann man Obsidian Dings überhaupt ziehen mit Pistons? Ich hab's noch nie probiert. Hm, das weiß ich nicht. Das hat das als einziges nicht... Aber ich brauch Eisen. Ich brauch irgendwie... Wie viel brauch ich noch? Ähm... Eins, zwei, drei, vier Pistons. Gibt's! Dann komm zu meinem Haus. Ich hab da immer noch dein Eisen liegen. Mir ist sogar Tag. Ja, ich hab sogar schon langsam Dicken gebaut. Kurz Frage. Gibt es einen Block, wo niemand anders was gegen, äh, bauen kann? Ähm, ja. Aber nicht den normal, oder? Aber nicht den du abbauen kannst. Deadstone. Warte, da kann ich doch ein Block draufsitzen. Dann mach ich mich doch mal auf zu dir. Hm... Jetzt hat meine Hühner zu ernten. Hier steht ein Schwein im Weg. Schwein. Lass bloß mein Schweinchen in Ruhe. Es läuft hier in einer Naturbahn rum. Äh, Wildbahn. Wie heißt das? In der Naturbahn. Ja, es heißt Wildbahn. Ich find frei in der Naturbahn rum. Komm, geht Schweinefleisch? Ich versuchte jetzt gerade mein Schwein mit Schweinefleisch zu füttern. Ja. Oh, jetzt kommt hier seinen Weg. Bekannt, wie ich alles essen? Keine Ahnung. Es ist oder ich schieß dich ab? Nein. Nicht abschießen. Hey. Der Weg ist ja wunderschön. Oh, oh. Sie will ein Battle. Nein, will ich nicht. Du hast ein heißes Diamant. Wie er halt einfach alles schert, was dich bei drei auf den Bäumen ist. Ja, ich scherbe mich halt um die Welt. Nein. Das ist Wahnsinn. Oh, cool, Lampen. Ich brauche meinen Lampen ab. Nein. Alter, wagen es. Klopp, klopp. So, kann mir jetzt mal bitte jemand sagen, wie man die scheiß Möhrenangel baut? Ja, warte, ich guck mal. Wo bist du? Es fällt mir irgendwie mit Stickstick an. Ja, die Angeln hab ich ja. Ich weiß noch nicht, wie man da auch Möhren dran ist. Ja. Ey, cool, jetzt bin ich in der Folge in deinem Haus. Oh, warte, ich hab ne Idee. Ey. Warte, in dem steht halt auch Teppich. Glaub ich nicht. Der biologische Teppich. Da drin ist dein Eisen. Nee, so geht's nicht. Dankeschön. Bitteschön. Farottenrute. Das heißt, sie ist gar nicht angeschaut. Jetzt packst du einfach deine Angel rein. Ja? Wohin? In der Mitte und unten rechts packst du die Karotten. Ah, super. Dankeschön. Super. Supertoll. Schmiede. Supergeil. Schön. Ey, Alter, wer schießt, Dombe? Cool. Ich hab keinen Bogen. Ich hab keinen Bogen. Ja, dann... Ist ja die... Was war das? Alter! Ein Schalter. Wo ist hier ein Schalter? Da gibt's keinen Schalter. Der Schalter ist in der Vision. Dafür ist der Schalter? Cake is a lie. Bleib mal da stehen. Wo du jetzt stehst. Dafür ist der Schalter. Uh. Uh. Ein episches Bild. Bombardement. Was ist überhaupt bei dir drauf? Das willst du nicht wissen. Es ist ein rechter Querschnitt quasi durch die Minecraft-Welt. Irgendwie funktioniert das nicht. Oben siehst du den Boden und dann hat sich ein Männchen nach unten reingebaut und hat eine Leiter gebaut. Wartet mal kurz bevor Nacht wird. Es funktioniert nicht. Aber es ist schon ein 3x3-Bild auch bei dir, oder? Wie kann ich denn das Schwein jetzt bewegen? Du musst das in der Hand haben, während du dich auf das Schwein setzt. Ja, das mach ich und ich kann das Schwein nicht bewegen. Das ist ein japanischer, ähm, ein japanischer Kirschenbaum bei Sonnenuntergang mit... Oh, jetzt lass doch mal gerade... So, jetzt ist Nacht, jetzt ist eh zu spät. Danke. Warum schaut es bei mir richtig gut aus eigentlich. Schlecht schaut es bei mir auch nicht aus. Was ist denn jetzt, Cardi? Ich wusste nicht, wie ich da Schwein da wegkriege und es ist das letzte hier in der Gegend gewesen, aber ich hab keinen Bock bei Nacht draußen rumzurennen. Es sind genügend Schweine in der Gegend. Es sind sehr viele Schweine in der Gegend, auch allein hier bei... Auf dem Weg zu Michelle sind wie ich alleine drei Schweinen entgegengegangen, die ich geschoren habe. Sag mir jetzt trotzdem mal, wie die Scheiße funktioniert. Und selbst hier bei mir zu Hause steht grad das größte Schwein von allen. Also, ne? Das schick ich gleich mal zurück. Aber ich bin gleich tot, Alter. Das ist so gemein. Also, was wolltest du eben sagen, Thomas? Hör mal auf. Ich wollte nur sagen, normalerweise ist doch, dass du das Ding gar nicht selber steuern kannst. Das müsste doch eigentlich nur in die Richtung... Mitgelegt. ... in die Richtung weitergehen, aus der, die quasi die Karotte zeigt. Weil selber steuern wie ein Pferd kannst du's nicht. Ja, und ich hab die Karotte dann in Richtung von meinem Haus gehalten, aber es hat sich kein Millimeter bewegt. Hm. Du musst die Karotte ausgerüstet haben und den... auf den Schwein sitzen. Und dann sollte das in die Richtung... Ja, das hab ich gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Ich komm mal rum. Jetzt hast du ja keine Pfeile mehr, die du auf ihr gehst, ne? Die muss ich noch verbinden mit den zwei hier. Doch, ich hab noch über 100 Stück mit. Cool, cool. Das kommt noch. Ja. Echt? Du musst jetzt, wenn ich den Teppich habe, fang ich auch mit der Verkabelung an. Ja. Ja, gut. Teppich werd ich dann im anderen Zimmer dann später verlegen. Hast du noch ein Bild oder so, Michael? Okay. Hm, ne, momentan nicht, aber ich... Ich hab kein Leder dafür. Ich brauch Leder und dann halt... Ich hab Sticks waren's. Du musst Stick, 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 Stick drumrum bauen. Also hier hab ich sogar noch Leder drin. Doch, die kannst du mitnehmen. Ja, ja. Stick, Stick. Was kann ich für den machen? Die fünf kannst du mitnehmen. Die brauch ich nicht. Geh mal die Route her. Oh, da ist die Route. Hast du einen Sattel? Ich kann nicht. Aber es ist noch Nacht bis Eis. Hm, nicht dabei. Das heißt, dass du, wenn du möchtest, unterirdisch gehen könntest. Nee, weil die Folge ist doch jetzt sowieso gleich zu Ende. Und deswegen... Wir gucken jetzt aber erstmal noch, ob Day das Schwein zugeritten kriegt. Uh. Siehste? Dieses alte Schweinereiter. Wobei... Ja, dann geh mal runter. Ich will's auch mal dann probieren, weil eben das Schwein... Der Großteil des Weges müsste eigentlich schon beleuchtet sein. Hey, Day! Lass das Schwein hier! Ich wollte dir nicht mal schauen. Ja, komm. Hey, Day reitet mit dem Schwein weg. Yeah. Lass mich mal drauf. Ich will auch mal, ich will auch mal. Nein. Verdammt, wie komm ich hier nochmal runter? Mit Schiff. Ja. Irgendwie sieht das schon scheiße aus, wenn's so unbeharrt ist. Ja, das bewegt sich auch. Aber es hat eben irgendwie die Funktion, die probieren. Ja, ja. Es ist immer das andere, das nicht geht. War halt ein Mistsau. Oh. Ah. Hopp. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, hab ich nicht. Ja gut, ist egal. Tut mir leid. Die Antwort kennst du. Ja, das Zeug brennt ja nicht. Von der so Schnuppe. Doch. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich das immer deswegen töten muss. Man kann's ja auch vom Pferd anders runterkriegen. Ich wollte ja nicht aufs Essen weg. Ja. So, da brauche ich noch Licht. Hier muss ich später noch mehr Stein abbauen. Bitte? Wie geht das? Ein Pferd ist das Rechtskrieg. Ah, Creeper! Dann lauf. Sonst springst du gleich. Ich muss beiden gar nicht nix machen. Days, Haus in die Luft. Waaah! Ja, dann muss ich's halt umbringen. Wo bist du, Fabi? Ja, ich seh mein Haus. Ich bin auf dem Weg. Du hast ja ein Schachbrettmuster auf dem... Alter, die Spinnen halt einfach nur anhalten. Ja. Ja, komm, so schlecht sollte meine Burg durchs auch schon nicht mehr aus. Warst du ja echt gerade bei mir wohnen? Da hast du eine pinke Fahne. Nein, das ist pink, ja. Komm zu, da hast du eine pinke Fahne. Weil die Wolle gerade im Angebot war. Bei wem denn? Bei uns, ne? Ja. Du musst nehmen, was ich dazu hergeben. Mein Schwell... Mein Schwell ist auch gleich mein Angebot. Oh Gott, der Seelensand. Was? Ah! Belagerung! Belagert die... Belagert die Burg! Was geht denn hier ab? Und daraus, und daraus, und wenigstens, und dieses! Moment! Und hier, und daraus, und bam, 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 bam! Angriff der Hühner! Da dachte ich ja wohl noch ... Fünfze Sticks, ja. Was? Ich verstaune doch mal die Bilder jetzt. Ja. Das ist bei mir, äh... Hups. Der hat das Bild weggeschossen. Was? Was the hell ist das? Kommt dir da eigentlich nichts rein, hier durch deinen Eingang, Fabi? Doch, klar. Ja, jetzt hast du dieses asiatische Bild. Mach das weg. Deswegen will ich ja noch diese Dings reinmachen, damit ich das Tonscheid zumachen kann. Ah, okay. Aber wenn was reinkommt, ist es meistens ziemlich langsam. Ja, das ist keine... Was ist das hier für ein Block? Was denn? Das hier, wo ich gerade drauf umspringen kann? Ja, das ist Lazzuli. So. Lapses Lafungi, naja. Lapses Lafungi! Ja, da hast du auch ein schönes Bild. Was für ein Pilz? Schau mal, kann ich. Das wird nicht toll. Äh... Die sich um zu wickstig hier ansteigen müssen. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Patch, mit dem man sich auf die Bilder nackte Frauen proezieren lassen kann, oder? Natürlich! Ausgezeichnet, den muss ich mir später runterladen. Alleine, es gibt, alleine die ganzen Mods, die es gibt, haben da jedes Mal irgendwie ein Mod-typisches, mod-typische Bilder. Ja, klar, sicher. Doch, meine ich ja. Ich habe hier irgendwelche... Ich habe hier... Ah! Ziemlich bekannt als Bilder. Ich beschütze dich vor der Spinne, Day. Das ist aber nett. Ah, dann gibt es ja auch noch diese, diese coolen Fahnen. Die haben natürlich auch Stil. Oh, toll, nur... Ich bin schon drin. Ein Heimbrecher! Ich mag meinen Balkon. Er schießt ihn! Du kleiner, dreckiger Lumpf, wenn ich mit hier fertig bin. So. Aber die Folge hat das auch schon überlänger. Willst du Stress? Bei mir ist gerade eine Klopperei im Haus. Ich lauf schon weg. Ich habe kein bezauberstes Schwert, nur bezauber... Ich habe ein bezauberndes Schwert. Dreckiger... Oh, was eine Show hier. Aha, nicht auf mich, du bist aus der Schusslinie. Hallo? Könnt ihr mal bitte meinen Balkon ganz lassen? Hier zu verhecken. Ich will auch mitmachen, bitte. Und vor allen Dingen hier die... Ach nee, das Schwein habe ich schon... Ich habe Feuerzeug. Dafür wirst du sowas und dermaßen bezahlen, das glaubst du gar nicht. Ich habe die doch gar nicht getötet. Ja, da hat niemand die gefehlt. Wo ist mein Sprengstoff? Krieg der Welt. Ja, und ob das hier sich wieder beruhigt, die Situation hier, oder ob wir uns demnächst alle gegenseitig in die Luft sprengen, das erfahren wir dann. Ihr Bein sterbt sowieso zuerst. Was, warum? Was? Das hören wir dann in der nächsten Folge. Ich fahre mir zuerst. Was? Tschüss.